herzlich willkommen schön dass sie da seid ich bin der nils und wir spielen emmy's bio blaubeeren und kugenshop emmy die fleißige junge dame hat den auftrag bekommen von einem freund ein laden zu übernehmen den auf neuesten stand zu bringen und dann zu versuchen hier möglichst viel umsatz zu machen und einfach freundlich zu den kunden zu sein um hier einen schönen bio laden hochzuziehen wir haben hier im anbau momentan blaubeeren und orangen das ist überraschend das ist mir eigentlich jetzt erst aufgefallen weil orangen zu züchten ist wahrscheinlich gar nicht so einfach und ich bin immer zweimal zwei runden und versucht beim zweiten mal die erste runde zu schlagen das ist mir zweimal nicht gelungen und ich hoffe heute dass ich am siebten tag das einfach schaffen werde dass ich das erste mal dann hier die zweite runde besser schaffe wie die erste jetzt gucken wir mal was machen wir denn jetzt mal machen wir erst mal die ganzen plätze hier dann haben wir nämlich hier mehr zu tun emmy ist maximal jetzt machen wir mal die kleinen läden die kleinen dinge hier überall einmal alle 70 weg laufen ganz gut max gibt irgendwas neues 80 80 das wäre eigentlich cool hier dann haben wir hier auch die 70 cool da müssen wir jetzt als nächstes mal das hier manchmal gibt es mehr kunden drin geld und ja da sind wir ja fast schon durch oder machen wir hier unten mal weiter also dann versuchen wir jetzt mal tatsächlich beim zweiten mal besser zu sein wie beim ersten ich werde mich aber beim ersten mal wirklich anstrengen rot rot blau grün das ist ja richtig cool gemacht du kannst sauber machen dann brauchen wir noch zweimal grün und einmal ich glaube das grün war nicht so gut käferbefall schön gießen da kommt die al hi wie geht es euch freunde geht es euch gut so jetzt gucken wir mal was haben wir denn hier jawohl das hier so jetzt müssen wir gucken putzen die bin an marsch ich glaube das wird wieder eine klasse runde da haben wir das gemacht ja bis jetzt läuft alles wirklich 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 gut es passt dann machen wir hier noch voll kassier mal rosa kassieren bitte peter bitte sauber machen rene hier an pflanzen läuft ja schöne farbkombination dann können wir hier einmal rot machen den jungen bedienen den hilflosen menschen helfen so du kannst putzen läuft das müssen wir schauen wird ihm geholfen ja fast zweimal grün einmal rot kassieren oh die katze läuft das wird glaube ich mein bestes ergebnis das ich je hatte da stehen die leute und wollen da kommt das ist total modern hier schaut cool aus wir haben zwar jetzt alle die kleinen kopfhörer so hier anpflanzen bitte so einmal rot einmal grün warte mal grün blau ja läuft das hat mein bestes ergebnis gott was ist denn du bist doch viel zu groß zum weinen dort schauen wir mal die blaubeeren kannst du her tun dann hat sie noch was blaues drin das lassen wir einfach bedienste mal die dame hier so macht sie das nicht bedient doch die dame hier da ist das kind was hat es denn jetzt blau könnte dann machen rot rot ich glaube das war gut ich habe das gefühl dass es gut war jetzt bin ich gespannt wahrscheinlich mehr wie 300 301 dann jetzt muss ich mich richtig 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 anstrengen dass wir das schaffen auf geht's der anfang ist ja immer ganz gut aber meistens irgendwo dann haken drin so ein hacker so hat er das gemacht ja das hat er gemacht so wir brauchen jetzt noch ein rot und ein grün sauber machen so jetzt muss man gucken individuell der hier dauert halt immer ein bisschen jetzt was ist denn das milch dann waren wir den milch da hinten oder was ist das blaue milch das irritiert mich jetzt ach das ist ja der tee jetzt verstehe ich das das ist mit der milch neu im angebot da sind wir hingeführt junge mann kauft hier ein das braumann einmal rot hier müssen wir bewässern kasse rosa bitte kassieren wir brauchen korb kassieren das ist ganz schlecht haut uns die so was brauchen wir brauchen wir brauchen 2 mal blau kassieren die denn ja das wird nichts das sehe ich schon dafür sind wir zu langsam die kürze die 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 rot du kannst ein kleiner schlinger Emi ist trotzdem überfordert. Das sieht man schon. Der Kopf wird nicht gemacht. Das hat sie auch nicht gemacht. DHL kommt. So, dann machen wir mal hier das und das. Wir haben das 232, das ist ja nicht dein Ernst. Das soll es dem Mann helfen. Der Mann soll es dir helfen. Dann tun wir mal hier ein. Also ihr seht schon. Kassieren, bitte. Dann kannst du hier die zwei her tun. Die Kürze. 311? Wow. Juhu. 311 ist cool. Ja, mit der Milch, ne? Mit der neuen Milch. War das jetzt schon eine zweite Durchlauf? Dann war ich ja jetzt das erste Mal besser. Juhu. Ich hab's geschafft. Das war ich das erste Mal. Beim zweiten Mal besser. Cool. Ja, das war meine Damen und Herren. Das war Emmys Bio Blaubeeren und Kuchen-Shop. Eieieiei, was musste die heute arbeiten und flitzen und rumrennen und die Katze füttern. Und jetzt haben wir neue Milch im Angebot. Das ist der Tee, der Eistee. Und das ist der, das ist die Milch. Ich hab immer gedacht, die Milch brauchen wir zum Backshop. Komisch. Na gut, das war's. Ich bedanke mich für euer Interesse. Abonniert unseren Kanal. Gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Oder guckt euch die anderen Videos an. Zum Beispiel World of Warcraft. YouTuber Live. YouTuber Live. So heißt es richtig. Oder Rocket League mit Johnny. Wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Bei Tag Nummer 9. In Emmys Bio und Blaubeeren und Kuchenladen. Euer Nils. Lasst euch gut gehen. Bis dahin.